Musik 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 Oh, ist jetzt ein Wirkmalung, oder? Ja, aber nicht so. Na ja, das gehört auch so. Die Anzahl der Körbstjahren nimmt und ist echt hoch. Hier muss ich auch noch mal, also alleine geht das mit Lumpfen hier. Nimmst du den hier drinnen mit? Ich hab's heute mal einmal probiert und die Karte riecht sich um. Hier nimmst du auch, oder? Und ja... Jetzt guck ich mal, wo die Bremsen dabei lenken. Jetzt guck ich mal, wo die Bremsen da rauskommt. Jetzt guck ich mal, wo die Bremsen da rauskommt. Hier war scharf, oder? Ja? 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 Jetzt guck ich mal, wo die Bremsen da rauskommt. Jetzt guck ich mal, wo die Bremsen da rauskommt. Jetzt guck ich mal, wo die Bremsen da rauskommt. Jetzt guck ich mal, wo die Bremsen da rauskommt. Dann guck ich mal, wo die Bremsen da rauskommt. Die Reserven ist schon was Schönes. Das ist ein schönes Wetter. Schön weht das weg. Der ist überhaupt nicht so untersteuern aus. Das ist ja ein großes Auto. Immer die schönen Ecke steht immer einer am Scheitel. Ich bin jetzt noch mit 120 aus. Wenn du es schaffst, 150 zu sein, wenn die Runde runter ist, dann hast du mit der Karre hier was... ...bis die hier so gegratzt, aber die wird schmiert dann hier schon, wenn die Runde stehen lässt. Ich bin jetzt unterhalb der Gas, glaube ich. Der Fahrrad überlegt sich jetzt gerade, ob er auch stehen lässt. Der Fahrrad überlegt, der wir haben wohl sehr gut. Ja, 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 das... Die hat er sich gut einprogrammiert. Ach, dann habe ich aus dem Winkel jetzt nach... Ich habe euch die Frage ja auch schon mal geantwortet. Das war jetzt auch noch drauf mit der Kontrolle. Hast du gesehen, er blinkte? Ja. 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 Das ist eigentlich schon... Ich mache es nicht schnell, aber in die Runde. Also, das war jetzt nicht so fast. Ja, das war jetzt im Meer. Da ist wieder hier gerade wieder. Ja, ja. Ja, da sind die Berggriffe. Und dann muss nur bisschen nachzumachen. Ja hier haben wir hier querer. Das ist ein Lübbel-Limit. Die liebe ich hier, die Seil ist oben. Die Seil ist oben. Das ist ein Lübbel-Limit. Das ist ein Lübbel-Limit. Das ist ein Lübbel-Limit. Dann machen wir jetzt mal hinter mir. Woher muss das Gitterstück gehen? Dann greift es sich oben nicht. Ich finde sowas als Reinfahren angeht, wenn die Jungs kein klare Zeichen geben. Das ist ein Lübbel-Limit. Letztes Mal nicht vorsichtig. Das war gut. Das war gut. Das war gut. Ach, wenn die Jungs nicht so. Dann gehen wir hin. Die Jungs nicht so. Dann gehen wir hin. Dann gehen wir hin. Die Jungs nicht so.